Diese wichtigsten Dschungelregeln, dass du, bevor du in deine Schuhe trittst, sie ausschüttelst, damit da keine Insekten oder anderen Viecher drin sind. Dann hat sie mir erzählt, dass du nirgendwo reinspringen darfst, was du nicht siehst, wo du nicht weißt, wo du hinspringst. Dass ich nichts essen oder trinken darf, wo ich nicht weiß, woher das ist, woher das kommt, ob das giftig ist oder was. Und dann gibt es noch so einen Spruch, den habe ich aber nicht von ihr. Cook it, peel it or forget it. Und daran muss man sich auch halten.